Stell dir vor, jetzt hättest du die spannendste Dings wieder vergessen. Naja, das Auge war in den letzten 23 Minuten schon. Oh, das Auge hattest du gerade noch drauf, ich höre ich doch. Ja, ja klar. Mit einer Insta-Stan, Tim, willst du ein Augenmonster? Nee, das musst du mit der einen Folge machen, wo du dann die Maske angezogen hast. Ja, ich hab gedacht, das war die Folge schon noch. Nee, wir haben nur zwei Augen gehabt. Ja, okay, das musst du machen, Tim, willst du ein Augenmonster, weißt du, irgendwas? Was ist das jetzt? Ah, wir wollten doch den anderen Gang gehen. Ah, komm, wir gehen jetzt hier runter, scheißegal, wir gehen jetzt hier runter. Komm her. Ja, aber dann finden wir wieder nicht so ein Ding, ja, dann fallen wir jetzt da oder so. Jo, jo, jo. Tim wird so ein Auge, oder irgendwie musst du die Folge so nennen. Ich, 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 mir würde schon was einfallen. Warte mal, war hier nicht irgendwo die Spinnfabrik? Hach, was war das nicht in der anderen Hölle? Hey, hast du gesehen, wie dein Pinguin geslidert ist? Ja, ich weiß. Keine schnelle Rette. Ist Löwe falscher Weg? Warum falscher Weg? Wollt denn in die Hölle? So, der Weg zur Hölle. Nein, da wo ich gerade bin, ist der Weg zur Hölle. Und wir zurück. Komm wir schon, komm wir schon, komm wir schon. Schmiedi kommt, alles kommt schon. Komm, Scheißwurm, kommt's von mir. Ich schlacht dich weg. Was machst du denn mit diesen Scheißwurm? Oha, so ein Glas-Krug plattgemacht, ne? Ich hab 5 Gold gekriegt. Was hast du plattgemacht? So ein Glas-Krug. Hast du 5 Gold bekommen? Ja. Das ist ein guter Lohn. Ich renne gleich. Okay. Muss anders gehen. Muss nicht hier durcharbeiten. Ich hab Angst vor diesen Scheißwurm, dass er mich gleich in die Lava kickt, wenn ich die abfließen lassen will. Ich hab ein paar Köln hinbekommen, dass man das sieht. Oh, ich seh schon wieder so einen edlichen Teufel. Oh, ich seh schon wieder so einen edlichen Teufel. Sogar den Gang hochfliegen. Ich schnurte schon wieder ganz schön. Ist das auch nicht. Der hat, glaube ich, einen ganz hungrigen Magen-Eis-Löwe. Ja, das ist eine gute Nummer. Die bin ich wirklich schon gut. Nach Thunfisch. Ich bring mich jetzt um. Oh ne, ich hab nicht gecheckt. Äh, ich kann nicht runter. Warum? Ich bin auf der anderen Seite. Ach, dein Ernst, Jens? Ich runterbauen. Warum man mal deine Hilfe braucht? Hallo, ich runterbauen. Ich brauche trotzdem deine Hilfe. Dann beeil dich mal. Aber Simi braucht deine Hilfe. Ja, ist schon noch den Weg. Ich glaube, den Teufeln gefällt es nicht, dass sich ihre Lager irgendwo schützt. Ich nenne sie dann die Folge, wie geh in die Hölle. Der arme Teufel. Ja, der macht Spaß mit uns zusammen. Fühlt hier in der Hölle kann man halt von allen angegriffen werden und von jeder Seite kann was kommen. Das ist ja das Blöde. Läuft jetzt mal da die Lava ab oder wie mich diese Lava eigentlich verarschen? Ja. Ich weiß ja nicht, wie viel du da hast an Lava. Fast gar nichts mehr. Oh cool, schönen dritter Teufel. Moin. Da unten bist du. Arme. Du warst doch vorhin. Ja. Oh. Hey, du standest grad in der Lava. Du hast keinen Schaden bekommen. Lava man. Nein. Was tu denn? Das wärs doch gewesen. Das ist die Folge. Tim verliert sein Schwert. Das war jetzt taktisch lau schon wieder. Ja. Ich brenne. Ich muss mich auch mal heilen lassen. Warte. Ich glaub mich auch mal heilen. Warte. Ich glaub mich auch mal heilen. Warte. Die Dinger sind jetzt nicht mehr das Problem. Wäre denn nicht so viel Lava. Du bist ein bisschen trotz über. Machst du denn? Ja, meine Axt ist weg. Ich hab sie wieder aufgehoben. Ja. Eislöwe. Ich glaub ich hab das Meteoritenzeug gefunden. Das ist in der Lava. Ja. Perfekt. Also. Bei der Lava sagen wir es jetzt mal so. Aber ich hab meine Pickaxe wieder. Ja. Ja. Ich baue mich mal runter hier. Auf welcher Taste schmeißt man denn seine Waffen raus? Eigentlich nicht. Auf irgendeiner Taste geht es ja. Ich schmeiß sie gerne mit irgendeiner Taste raus. Aber ich hab meine Pickaxe wieder. Ja. Hat sich schon gelohnt zu sterben. Würd ich denn echt jeden empfehlen. Kapi. In Lava zu springen wegen ihrer Axt. Ja. Ja. Oh, da ist Lava. Ja. Was hab ich denn da gefunden? Was hast du denn gefunden? Feuerblute. Ach man, der Kunst geht schon ohne mich. Du bist tot. Oder du überlebst uns. Oh. 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 Sehr gut. Feuer Bluten. Feuer Bluten. Feuer Bluten. Feuer Bluten. Äh. Ah. Das war den anderen Weg entlang gehen. Der Weg war gut. Weil ich da was gefunden habe. Okay, dann lass wieder runter. Aber ich warte diesmal auf dich, ich renne da jetzt nicht alleine rein. Wie solche Eislöwen. Wir gehen in die Hölle, 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 Hölle. Gibt's doch so'n Lied, oder nicht? Von Wolfgang Petri. Ist das Satan ist mein Gott? Ich kenne nur Satan ist mein Gott, dieses Lied. Ich kenne das nur von Wolfgang Petri. Ja komm, wenn der gar nicht gut ist. Oh, ich hab mir jetzt meine Goldachse wieder. Ja, das ist die Hauptsache. Das wäre ja wieder Arbeit gewesen, ey. Hä? Das wäre dann wieder Arbeit gewesen. Wir haben doch noch Gold. Ja, aber trotzdem. Ich hoffe, dass wir das dann auch abbauen können. Ja gut, das ist halt wieder die andere Sache. Ja, scheiße, stimmt. Guter Punkt als Löwe. Wo ist jetzt dieser? Au! Oh! Ach, das hast du gefunden, also. Mhm. Oh, das ist ein Gold, äh, pass hinter uns bitte auf. Hinter uns? Kommst du hier eins hoch nochmal? Boah, wo warst du da lang? Pass du mal vor uns auf. Da ist doch wieder so ein Scheiß-Feuer-Gulem. Da komm, was ist denn das? Ein Wurm. Ein Skelettwurm. Oh! Das knallt richtig rein. Keine Ahnung, geht. Da ist ne Truhe, Eislöwe. Ich kann ihm schlafen legen. Ey, das müssen wir mitnehmen, Eislöwe. So, das Vieh ist tot. Haben wir schon ein Bett eingepackt. Okay, das können wir nicht abbauen, das Erz. Schade. Und ich krieg Schaden, wenn ich da drauf stehe. Ey, das ist bestimmt ne andere Schmiede. Da hab ich ne Kiste da. Das ist eine Schmiede, keine Kiste. Pass auf. Pff, pff, Eislöwe. Was ist das? Kann man nicht abbauen. Hm, vielleicht braucht mir da ein anderes Material dafür. Boah, Alter. Dankeschön. Mach keinen Schaden, mach keinen Schaden dir. Weil du wieder hoch musst und es teleportiert sich immer woanders hin. Gut. Woll, willst du zurückkommen und wir gehen mal durch den anderen Gang? Wir wissen, was das ist. Was denn? Das ist halt irgendein Viech, wo sich dauernd hin und her teleportieren kann. Das hab ich doch schon längst tot. Aber was willst du dann noch wissen? Ja, das komische Ding, was das da ist. Kannst du mir sagen, was du meinst? Da, wo die Lava runter geht. Kann man nicht abbauen. Kann man nicht abbauen. Kann man nicht abbauen. Äh, entweder brauchen wir da. Ich bin da so ein scheiß Wurm. Boah, das wird Spaß. Der ist tot. Soll ich mal so eine Pickaxe von diesem Wolf mitbringen? Bringt nix. Wir brauchen das hier, wo wir das Schwert haben. Aber dafür brauchen wir solche Feuerkugeln. Oder so. Gehst du, echt, wir brauchen das. Ey, wenn du es denkst. Das ist ja stärker, was wir jetzt haben. Aber wie wollen wir jetzt weitergehen in der Hölle? Ich geh grad runter. Schön, dass du wieder auf mich wartest. Und dann schaden. Und tot. Ich konnte das Feuer nicht löschen. Nee, geht ja nicht. Okay. Das war auch da unten ein Ende. Okay. Wollen wir das Auge nochmal beschwören? Oder keine Ahnung? Okay, was? Wie kann man das nicht nochmal beschwören? Hä? Als ob man das nur einmal beschwören kann. Hast du noch so ein Auge? Ja. Liegt doch eins in der... Hä, hier ist doch eins in der Kiste. Ich beschwör es mal, wenn es funktioniert. Okay, funktioniert. Komm aus dem Haus. Ah, es kommt eh zu mir. Und ich war ja noch nicht mal ganz geil. Danke. Hier ist rein. Wir haben aber nur die kleinen, ne? Wollen wir auch mittlerweile die großen? Wollen wir nicht noch großen zu Hause? Ne. Uff, ich hab noch 2.000 Leben, das finde ich. Sie. J dringend. You. Uh. Uh. Hast du das nicht gleich aus? Ja. Jetzt warst du zu Hause. Hallo? Hallo? Ich hab dir nur ein Hallo gesagt. Das ist viel Spaß. Oh! Das war der Fall. Das ist komisch. Alter, dieses Auge alleine zu schaffen ist ja dein Kompfisch. Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Kommst du wieder? Ja, in neun Sekunden. Oh. Oh, ey. Ah, ich hab gedacht, ich kann drüber springen. Wir haben wieder nichts bekommen. Habt ihr nicht da mal ein Rootfake bekommen, wo ihr das Viechplatt gemacht habt? Apropos, ich hab doch was unten bekommen. Was unten? Guck mal. Guck mal hoch. Oh, schön. Sechs Gold durch die Dings bekommen. Oh, wir haben noch eine neue drunter. Oh, ich weiß nicht. Oh, keine Ahnung. Wie es aussieht. Guck doch, ich hab doch ein schönes bekommen. Was hast du denn bekommen? Kann man schlafen legen. Oh, da hält man sich schnell. Wie geil ist das denn? Hey, man kann hier Spawnpunkte versetzen mit den Dingen. Guck, wenn man drauf drückt, gesetzt und wenn man nochmal drauf drückt, entfernt und da kann man pennen. Setz mal den Spawn, drück mal hier vorne drauf auf das vordere Ding. Ja. Also auf die vordere Seite. Hast du jetzt den Spawnpunkt auf? Wie geil ist das denn? Ah, dann geht's wieder Hölle, Hölle, Hölle. Na? Ich hab ein neues Ziegel, einen neuen Ziegelstein gekriegt. Wie geil. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Komm, wieder schnell eine Runde. Wie geil ist das denn? Ja, was ist das denn? Ach, das ist das denn? Ja. Wie geil ist das denn? Also, Eislöwe? Anwesend? Ich hab jetzt 27 von diesen Erz. Das von diesen Erz, wo wir alle unsere gute Waffe hergestellt haben. Ein Fleischfänger? Eislöwe, weißt du, was ich für eine Idee hab? Was denn? Vielleicht müssen wir dahinter, um dieses Zeug zu bekommen, in die rote Zone. Naja, kann möglich sein. Und dann gleich mal dahin. Warte mal, was ich so machen kann. Ich kann nur Waffen herstellen mit. Was? Keine Rüstung, nur Waffen. Ja, weil wir dafür noch einen bestimmten Stoff brauchen. 6, 7, 6, äh ok, ich glaub das ist die beste Rüstung, wo wir, wenn wir das Zeug herstellen können und die beste Waffe im Moment. Ja, im Moment hab ich ja gesagt. Ja, im Moment, ja. Ja, im Moment, ja. Und? Warte mal hier oben in die Waffe. Ja, im Moment, ja. Warte mal hier oben in die Waffe. Warte mal hier oben in die Waffe. Warte mal hier oben in die Waffe. Wir haben jetzt noch mehr als noch. Ja, hab ich gesagt, ich hab da noch viel Gute, was ich da machen kann. Sollen wir das mal mal lagern? Hier oben. Deswegen hab ich das ja extra in den Links getan. hatte dann tue ich es auch hoch ja mit 39 von den dingen aber man kann einfach mit obsidian ein blocken machen aber um die pickaxe zu bekommen was wir gerade haben brauchen wir ja noch material so ein kreis aber es ist so ich glaube das kriegt man entweder der hell oder in den roten gebiet das meint mit mediteriten das war ja für diamanten für das andere ist es schon wieder anders weil ich bin doch mal ganz am anfang hier vor gelaufen ist so schnell wieder weg gehen ja gerade am anfang